einen wunderschönen guten morgen zusammen hast du mal mitbekommen dass sich eine person aus seinem näheren umfeld das leben genommen hat sowas ist absolut tragisch und oft kommt es wie aus heiterem himmel damit hätte man nicht gerechnet ich möchte mit euch heute auch über einen suizid sprechen über einen mann der sich das leben nimmt und ich bin mir sicher dass die bibelleser die diesen vers schon mal gelesen haben sich auch im ersten moment die frage gestellt haben warum denn das sowie aus dem nichts heraus die rede ist von ahitophel im alten testament und ich möchte mit euch zweiter samuel 17 vers 23 lesen da heißt es als aber ahitophel sah dass sein rat nicht ausgeführt worden war sattelte er den esel und machte sich auf und ging in sein haus in seine stadt und er bestellte sein haus und er hängte sich und er starb und wurde im grab seines vaters begraben man liest diesen vers und sagt sich im ersten moment warum warum bringt er sich um weil sein rat nicht ausgeführt wurde es ist doch kein grund sich umzubringen ein suizid der im ersten moment viele fragen aufwirft aber eigentlich wenn man sich das ganze im kontext einmal anschaut spricht dieser suizid bände ein suizid der bände spricht das ist das thema meine andacht ahitophel das sagt uns kapitel 16 war eine sehr einflussreiche persönlichkeit er war der ratgeber von absalom da heißt es in vers 23 der rat ahitophels aber den er in jenen tagen gab war als wenn man das wort gottes befragte so viel galt jeder rat ahitophels sowohl bei david als auch bei absalom ahitophel war der ratgeber des königs david später ist er zu absalom übergelaufen den sohn von david und hat ihn beraten das heißt er hatte eine große stellung eine hohe stellung sein rat galt viel das heißt er hat sehr viel anerkennung bekommen vielleicht kennst du das auch von dir persönlich wenn leute dich dauerhaft um rat fragen irgendwann fühlt man sich dann auch so ein bisschen wichtig da die kommen alle zu mir das schmeichelt ein ja schon fast ich bin wichtig ich bin gefragt und damit ist er aufgewachsen er war nicht irgendjemand er war eine persönlichkeit er war mit dem großen seiner zeit zusammen und sein reit galt viel also wenn der könig der mächtigste mann des landes dich immer wieder um rat fragt und auf dich hört da hast du natürlich enorm viel einfluss enorm viel macht jetzt kommt es dazu dass absalom huschei befragt ein anderer ratgeber und nicht auf ahitophel hört sondern auf huschei und das nimmt absalom dann zum anlass und nimmt sich das leben das ist ein suizid der bände spricht warum offensichtlich hat ahitophel sein lebensinhalt in seiner position gefunden weil als diese position als ein rat nicht mehr gehört war dann sah er keinen grund mehr zum leben ihr lieben wir alle hängen unser leben an etwas wir alle leben für etwas wir menschen sind so geschaffen worden dass wir immer für jemanden oder für etwas leben und wenn das nicht mehr da ist dann sehen wir keinen grund mehr zu leben das war bei ahitophel vor allen dingen seine stellung und das was mit dieser stellung einherging er hat seine identität wer er ist davon abgeleitet das bedeutet für ihn leben ratgeber des königs zu sein anerkennung dadurch zu bekommen und in dem moment wo das weg war war sein lebensinhalt weg und er nimmt sich das leben wir sehen es auch bei rahel im alten testament da gibt es eine stelle wo sie sagt gibt mir kinder oder ich sterbe es sind wünsche die zu forderungen werden von etwas wovon wir unsere identität ableiten was wir unbedingt haben wollen der zentrale wert in unserem leben ich brauche das anders sehe ich keinen grund mehr zum leben einige menschen die depressiv sind sind depressiv weil sie ihre zentralen wünsche nicht erfüllt bekommen sagt das ist keine allgemeine aussage über depression depressionen können auch eine ganz andere ursache haben ich sag nur einige menschen die traurig und mit ohne also ohne perspektive durchs leben kommen gehen die sind so deprimiert weil ihre zentralen wünsche nicht erfüllt werden bei ahitrophe geht es so weit dass er sich das leben nimmt das ist ein suizid der bände spricht der auch uns etwas zu sagen hat ich möchte dir heute morgen einfach mal wieder neu die frage stellen wovon oder woraus beziehst du dein lebensinhalt wer ist dein lebensinhalt paulus sagt christus ist mein leben ist es das bei dir oder leitest du deine identität von dem ab was du beruflich machst wie viel du verdienst wie viel anerkennung du bekommst wie viel macht und einfluss du hast auf andere menschen wenn das deine identität darstellt und ein zentraler wert wofür es sich für dich lohnt zu leben lebst du gefährlich weil all diese dinge können dir irgendwann abhanden kommen bzw gott könnte sie dir nehmen und dann stehst du da ohne lebensinhalt deswegen möchte ich dich ermutigen dich heute auch noch mal neu zu hinterfragen wovon leite ich meine identität ab leite ich sie wirklich von christus ab und welch in christus bin bete ich alleine gott an beziehungs ihm meine freude meine sicherheit oder leite ich sie von einer glücklichen ehe ab leite ich sie von meiner arbeit ab von karriere von geld das sind alles dinge die können segnungen sein aber sie geben uns sie sind nicht dafür bestimmt dass sie uns lebensinhalt geben insofern bitte ich dich dich da noch mal auch heute zu hinterfragen aber dann auch zu dem ergebnis zu kommen zu christus zu gehen und sagen herr dich alleine bete ich an in dir finde ich meine identität auch wenn all diese dinge die segungen darstellen können nicht mehr da sind will ich für dich leben und werde mich dennoch in dir freuen deswegen pass auf wovon du deine identität ableitest so so Untertitelung des ZDF, 2020